Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, und draußen werden die Blätter bunt, sie fallen von den Bäumen, denn es ist wieder Herbst und ich habe meine Top 5 Herbstrezepte zusammengestellt. Wir starten mit Platz 5. Der Birnenkuchen mit karamellisierten Walnüssen. Einfach ein Träumchen, das ist ein Rührkuchen, wo lecker Birnen eingearbeitet werden, oben drauf Walnüsse, die dann schön karamellisieren. Mega lecker, passt super für den Herbst, natürlich für den ganzen Winter und lasst es euch schmecken, wenn ihr das Rezept testet. Dann der Favorit von Dennis, die Apfelmuffins mit der leckeren Zuckerkruste. Leute, die müsst ihr auf jeden Fall probieren. Unser Platz 4. Super einfach zu machen mit frischen Äpfeln, schmeckt schön herbstlich frisch mit etwas Zimt. Ja, muss man testen, weil ist geil. Platz 3. Der Pflaumenkuchen mit Streuseln, mega saftig, auch ein schöner Rührteig, wo dann die Zwetschgen draufgelegt werden. Entkernen natürlich nicht vergessen. Dann die Streusel oben drauf. Ist einfach mega saftig, schmeckt trotzdem frisch durch die Säure von den Pflaumen. Lasst es euch schmecken beim Nachbacken. Auf Platz 2 ein bisschen was Exotisches, die Kürbismuffins. Ja, wer mal ein bisschen was Ausgefallenes testen will, solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Die schmecken mega saftig, haben eine schöne weihnachtliche Note mit drinnen durch die Gewürze. Auf jeden Fall mal ausprobieren, mega lecker. Auf Platz 1 muss auf jeden Fall ein Klassiker sein. Das ist einfach ein leckerer Rührkuchen mit Apfel. Richtig viel Apfel, wenig Teig, viel Saftigkeit, viel Frische. Das passt auf jeden Fall zu jeder Sonntagstafel und ihr könnt die ganze Familie begeistern. Lasst es euch schmecken beim Nachbacken. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Inspiration für den Herbst gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Schön auf die Glocke drücken. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Favorit von den Rezepten ist. Macht's gut und ofenfrische Grüße. Euer Robert. Ciao, ciao. Ciao, ciao.